Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Wir spielen Pathfinder, sind jetzt hier wirklich wieder bei diesem einsamen Haus, das heißt auf der Gebietskarte einsames Haus. Und hier ist der Wegweiser, da wollten wir uns ja treffen. Genau. Und ja, Amiri ist wieder okay. Man kann sehen, dass Christian ein Level bekommen hat. Vergehen wir aber noch nicht. Wir warten, bis die anderen auch soweit sind. So, die Magierüstung hält hier eine Weile. Kann er schon mal kriegen. Und dann schleichen wir uns voran. Ich habe übrigens alles verkauft, was wir so eingesammelt haben, außer irgendwas Magisches hatten wir. Nicht gerade besonders, aber ein Fliegel oder sowas war das. Ja, hat ganze 270 gebracht. Und wieder ein Brandenmarkt. Okay, alles durch. Ja, was heißt das? Halt. Erstmal gucken, sind das wieder so große wie vorhin oder sind das kleine? Ich denke, wir sind alle jetzt ganz schön groß. Auch neuner. Neuner wieder unten. Okay, volles Programm. Ich meine, sowieso können wir es ja nicht sehen. Wenn wir nur einen sehen, wissen wir ja nicht, wie die anderen aussehen. Nee. Also ich glaube, bei den Treuen, da können wir es drauf einstellen, dass die alle Vergrößern. Also immer ein paar von diesen Großen dabei haben. Wo war denn das? Wie sieht denn das nochmal aus? Was suchst du denn? Schild des Glaubens. Ist ja da. Da ist es. Pack sie mal rüber. Ich weiß nicht, warum der das immer wieder durcheinander schmeißt. Ich sortiere das immer so schön. Ja, pack doch eins in den Gürtel. Ja. Ich packe mal zwei rein. Ja, oder zwei. Ja. Ach, die hat ihr noch? Die hat ja. No, ist ja gut. So. Dann, los geht's. Trink mal. Du trinkst auch. So, du machst mal einen Segen. Ja, hat schon gemacht. Viel mehr kann sie eigentlich nicht. Steht auf Säure. Ja, mehr ist nicht. Linsy kann auch erst mal nicht viel machen. Vielleicht sollte ich den Segen Ring an Linsy übergeben. So, du machst jetzt Schild des Glaubens auf den Hund. So. Die beiden haben ihr Schild. Dann Säure Maul auf den Hund. Aber leider auch nur eins. Und das hält nicht allzu lang. Können wir aber nichts machen. Du kannst sowieso nichts mehr machen. Was war das eigentlich? Hypnose. Mensch, das könnt ihr doch mal probieren. Auf die Trolle. Was steht denn bei Hypnose? Ja, ja. Was steht denn da? Hm? Was dir macht, Hypnose? Und für wen das irgendwo ist? Hypnose betäubt die Gegner. Innerhalb von einem 30 Fuß. Gut. In deiner Nähe. Musst du also etwas rangehen. Ja, muss man sehen. Innerhalb von einem 30 Fuß Radius. Ja. Also so, dann muss man mal austesten, aber nicht gerade hier. Ja, muss ich auch versuchen. Ist vielleicht nicht so gut, um hier auszutesten. Vielleicht wenn du sowieso ein bisschen näher rangehst, aber jetzt im Augenblick würde sie mich gerade nach vorne laufen lassen, um den hier. Ja, sie ist das Zentrum, darfst du nicht vergessen. So, Linzi kann schon mal anfangen zu singen. Und Tristian macht einen auf diesen. So, jetzt machen wir das Netz, damit die nicht ganz so schnell rankommen hier. Und hat er noch gar nicht gemacht, oder? Ich weiß ja nicht, was er in Auftrag ist. Er sollte, hier, Waffe weinen, hat er auch schon gemacht. So. Und dann kann er uns noch Schutz vor Bösen machen. Nee, das ist hier Schutz vor Gesinnung. Und zwar vor Böse. Jawohl. Danke. Hast du begriffen? Oh, scheint so. Okay. Ich wollte gerade sagen, und dann ist es nur ein Troll. Aber hier ist es so, dass die herbeigezauberte Riesenspinnen werden, die herbeigezaubert. Keine Ahnung. Ich meine, die sind auf jeden Fall nicht für uns gefährlich, so wie das aussieht. Nee, die sind grün. Ja, eben. Erstmal halt. Erst angreifen und dann halt sagen. Sonst stürmen die doch hier wieder los. Ja, halt, habe ich gesagt. Ach so, die sind zu nahe, zu weit weg. Aber hier sind Fallen. Aufpassen. Geht mal ein Stück näher ran. Halt, habe ich gesagt. Nicht laufen. Ich wusste doch, dass hier Fallen überall sind. Ich muss das nicht anstehen. Die anderen können ja schon mal schießen. Das ist schön cool, die kleine Linzi, ja? Ja. So, Linzi, geh mal auf die andere Seite gucken. Da kommt. Jetzt haben sie sich der Spinn entledigt. Linzi. Alle. Ich bin auf Linzi. You deserved it. Und? Linzi geht da rüber. Alle gehen da rüber. Das gibt nicht bei Linzi. Hä? Ich wollte es nur mal sagen, damit du es auch merkst. Ja, das ist echt blöd mit dem. Manchmal tut sich nichts. Und wenn man dann nicht guckt, ob das auch in Ordnung war. Musst mal beobachten, ob du da zu leicht drauf tippst oder so. Gut. Oh ja. So. Christian, geh mal ein kleines Stückchen näher. Die anderen werden sowieso gleich näher kommen. Nehme ich an. So, alle drei. Ja. Ja, der hat nicht mehr allzu viel. Der eine kommt im Augenblick nicht raus. Der ist so eingeschwunden. Linzi hat auch nichts gesehen. Also, alle auf den hier vorne. So. Alle auf den. Und Octavia auf. Ne, der ist auch schon hin. Okay. Wie sieht der unser? Der liegt da unten. Der ist umgefallen. Ja. Ja. Ja, der hat minus zwei. Na ja, der hat ja auch nur 48 Punkte. Und vorne. Ach gut. Lass mal liegen. Naja. Sind sie eigentlich. Ne, ne? Sie müsste eigentlich singen. Ja, sie singt. Sie singt. würde eines dummerweise auch befreit gucken ob man den lachen lassen das war auch da hier umgefallen ist ob der tor hin ist oder nicht ja gibt ihm noch mal ein sprit der braucht kein mehr er braucht kein mehr kannst den angreifen ist auch normaler troll alle greifen jetzt den an und lindsey versucht mal falsch verstehen wollte ich mal gucken ob man die lachen lassen kann ob die humor haben das wäre ja auch ganz praktisch und er lacht ja das funktioniert dann hat man das hier hat das lachen öfter mal nutzen jawohl alle machen weiter lachen dürfen vor seinem tod immer was angenehm unser hund der hat sich tot gelacht so er hat auch wieder kommen sieht auch wieder so komisch aus als ob er sich damit als ob er was eine puppe im arm hat oder so ne ja ja da liegt aber das hat auch was mittelschwere wunden silberring gold achat leichte wunden heilen jade und bisschen gold so gut na schön wie sieht unser hund aus ja wo ist ja mit dem mit dem säuremaul neben lindsey das großartiger 5 naja der kann ein bisschen was brauchen 13 naja da fehlt dir noch eine menge 30 punkte fehlen glaube ich hat sie sich aber nicht angestrengt schwere wunden ist das nur leichte wunden gibt sie jetzt für 13 punkte ja naja wenn sie sich anstrengt schafft sie mit leichte wunden 12 und wenn sie sich nicht anstrengt und blöd würfelt dann schafft sie mit einem mittelschweren drei okay jetzt speichern weiter wir haben nicht den ganzen tag zeit machen wir doch mach mal aus ach so jetzt schicke ich sie mitten durch das spinnengewebe da kennst du nichts gnadenlos das war eine gute idee jetzt hört auf zu schleichen dann müssen wir jetzt ein bisschen gehen da ist ja hier sind fallen hat mir das nicht gesagt ja die scheint ziemlich unempfindlich zu sein für noch klar heimnisse ist die spinne ein freund oder ein fein freundlich ist herbeigezaubert die ist von irgendjemand herbeigezaubert irgendjemand ja der uns nicht schlecht also nicht übel gesonnen ist wir bleiben jetzt erstmal auf dem weg lindsey mensch lindsey du stehst die ganze zeit hier daneben und jetzt hat sie sie erst gesehen aua ja davor hast du sie überhaupt gesehen ja das sind diese ganzen fallen von dem typen von diesem mann da in dem in dem haus von dem zauberer im haus die spinnen könnten von dem zauberer sein ja da ist schon wieder so ein schon wieder so ein dem lag oh alle haben level ja ich hoffe das überleben sie diesen kampf überleben sie dann können wir ihnen endlich ihre levels geben viel singen haben wir nicht mehr ja kann nicht mehr viel kann höchstens noch ihre armbrust verstärken hier gibt noch ein segen so ihre maul haben wir nicht mehr kann man dem hund noch irgendwie irgendwas geben dem hund ja wir machen seine rüstung frisch mal gucken das ist wahrscheinlich auch wieder ein dicker ja 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 die sind jetzt alle das waren nur am anfang waren das so kleine zum anlocken ja na gut macht euer ding mal gucken wie viele das sind so dann nehmen wir uns schon mal den ersten aufs korn der ist umgefallen ja aber gleich wieder aufgestanden der hat ja der ist so gut wie hin also alle auf den muss auf den schießt und octavia muss auf den schießen soll auf diesen ja aber warum rennt sie da hin sie hat ihre armbrust ja vielleicht ist ja auch vielleicht ist es wenn sie mit dem säure ding arbeitet ist vielleicht nicht so die reichweite nicht so groß die reichweite ist da hinten rumgelaufen ich hab's gesehen da ist die falle ja und da kommen die nächsten trolle wir müssen erstmal zurückziehen allein schon wegen der die eine ist auch tot hier sind zwei tote trolle ja ja sie sind alle kaputt lass uns mal ein bisschen zurückziehen also auf jeden Fall müssen wir versuchen wegzukommen hier 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 ja wir müssen es noch auslösen dass die Spinnen noch da sind ja die sind ja außerordentlich hilfreich oh noch mal zwei vier ist das Haus glaube ich ist das einsame Haus hier das müsste das Haus sein die lohnen ja alle um dieses Haus Troll Gebrandmarkter Troll Gebrandmarkter also nehmen wir uns erstmal den in der Mitte vor der müsste ja am schnellsten gehen ok vielleicht ist dem Zauberer ein Zauber missglückt vielleicht haben die schon was mit ihm zu tun aber wir werden es bald wissen so los geht's ach so das ist wahrscheinlich das Brandmal was man da sehen kann bei den komischen Trollen das kann natürlich sein dass das das mal ist was wir hier machen gehen wir in Position ja ok so jetzt mach diesen und wieder ein Schritt zurück wenn wir heilen dann wollen wir ja nicht die Gegner heilen ja aber die tolle sind ja glaube ich keine naja gut so ihr wollt am liebsten auf den hier das ist gut der ist nämlich schon einigermaßen angeschockert und in die zahlen aber der andere ist wieder aufgestanden ne ist der gelegen ne die beiden die waren frisch ne dahinter liegt einer ja schon klar das ist der der liegt ja ja der liegt der ist auch säuremäßig aber pass auf ist der jetzt alle ja ist er gut der ist hin ja ok alle auf den hier vorne oh wir haben zwei spinnen übrig aber die haben gut geblockt ja 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 jetzt ist noch mal eine da ja die letzten müssen wir ja müssen wir jetzt selbst kaputt machen ohnehin unser Hund liegt schon ja ich hoffe der kriegt gut punkte oh ist aber schnell octavia ja so alle auf diesen oh ja das war eine ordentliche menge ja das kann man wohl laut sagen danke spinne geh nicht in die falle rein das war nur herbeigezaubert aber nancy mach weg ich finde dich trotzdem sympathisch mhm so rennerwander danke schön applaus ja gern achso hier du darfst die plündern die haben wir ja noch nicht mal angeguckt wir kamen ja zu nix Zitrine und Perle Kupfer Silber mhm mhm hallo ein bisschen Heilung ist auch nicht verkehrt mhm mhm leichte Wundenhallen Silberring Blech Jade mhm mittel schwer joo ja die sind gar nicht so schlecht bestückt diese Trolle gut dann gucken wir es dir doch mal um dann guck dir mal die Kiste hier an oh ja so so alle zusammen hier kann man ja nicht reingehen da kann man aber gucken da stand irgendwas mit gucken ja ja lupa ja idealer Ort ein Einsiedler ja jo wir gehen einfach mal weiter hier scheint ja nix weiter zu sein aber hier geht der Weg weiter Pause Trollhund ein wilder Trollhund naja ein Trollhund kommt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres alleine ha vielleicht hat er sein Herrchen dabei ja er ist bestimmt nicht alleine naja naja das sind vier Trollhunde die ich auch und ein Troll halt und ein gebrannt magter Troll ich hoffe du hast gespeichert Hunde dich ins habe ich habe ich was ist das mit Tür kommen wir da ja rein aber das gehen wir erstmal ja kann man ja nur auf der Karte erkennen zum Keller hat sich wahrscheinlich im Keller versteckt der Einsiedler schätze aha der ist vermutlich im Keller versteckt hat ein paar Spingen da gelassen und hat sich dann versteckt ja ich denke mir schon dass er das ganze hier irgendwie naja vielleicht nicht offen also nicht absichtlich aber dass er das auch irgendwie verursacht hat ja wer weiß wer weiß wir gucken mal das sind Level 4 Hunde und das ist wieder Neuner gut das heißt heißt nicht so gut aber jetzt wissen wir mit wem wir es zu tun haben also alle halten ich habe auch immer die falsche Reihenfolge drauf erst muss ich sagen angreifen also unser Hund wird nicht lange halten schätze ich mal der ist bestimmt sehr angeschuckert aber was kann man jetzt nicht ja wahrscheinlich ich guck mal wie sieht er aus aber ich kann mir gar nicht so reparieren 5 von 48 ja wir hätten schon was machen können bevor wir uns alles angeguckt haben aber Nancy äh hinterher ist man immer schlauer kann nicht mehr singen ne kann nicht mehr singen ne kann nicht mehr singen das kannst du wir sind sowieso ziemlich ausgebrannt Tristian äh 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 den könnten wir eventuell noch brauchen aber der ist nicht für den Hund der fällt sowieso um den hier ich habe gesagt halten ich trrrr halt ihr sollt hier diese engstelle verteidigen verflixt und zugenäht und du gehst hier hinten hin und Amiri Valerie ist sowieso die auch angeschubbert ja 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 so ne ist noch zu weit hinten geh weg ja hier kommen wir auch und wie siehst du aus 17 das ist auch nicht gerade die Welt ne wir hätten uns vielleicht lieber um Valerie kümmern sollen was um den Hund hat sie was zu trinken erst mal gucken schießt du denn Tina schießt ja schwere Wunheiten Tristian kommt da nicht ran doch jetzt kommt er an gut gemacht ok so er hat ja nur 17 Trefferpunkte gehalt aber war wohl nicht drin im Augenblick nein du nicht du schießt verflitzt so ist jetzt ja ist du machst jetzt ein verdamm auf diese bösen bösen Trolle so und jetzt ein allgemeiner tristian was mit dem Trollhund na der liegt auf diesen tollhund nicht kaputt so tristian dann verzieh dich so also alle gehen auf diesen du hast dich raus das ja auch so gebrannt ist der liegt doch da liegt achso sag dir mal der liegt da rum der ist doch noch der ist ja noch viertel der ist noch das kann man so schlecht sehen so das war der so der müsste jetzt aber wirklich irgendwie hin sein ist ein Trollhund den muss man auch behandeln sieht so aus ja 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 Säure auf Hund ich mach das immer in der falschen Reihenfolge Mensch wenn ich will das alle einangreifen und nur einer was anderes macht dann muss ich den hinterher machen Mensch so ja Amiri willst du nicht angreifen kann die nicht weil der Ding da im Weg ist das ist so schmal äh ja kommt nicht vorbei dazu haben wir ja diese Welle der Klebe dann kann sie drüberhauen ja so so na jetzt funktioniert das langsam naja wenn die noch so rot aussehen da sind sie da liegen da sind sie auf jeden Fall noch am Lesen da drauf ich sagte alle angreifen und nicht vorgehen Mensch naja die haben brauchen vielleicht eine Lupe ja 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 der soll ruhig hier hinten bleiben jetzt sind sie alle da auf ihn mit gebrüll oder ohne egal das ist schon wieder eine falle mir läuft hier hinten rum ja ja so lang sie nicht reinlaufen geht's ja so wenn sie lachen mal lass ihn mal schön lachen dann kann man viel besser schlachten du machst säure drauf da müsste das doch passen leider nur nicht ganz na ja wir schaffen aber viel hat er nicht mehr der müsste gleich endgültig umfangen noch das muss ich schießen ich finde es immer lustig wie das lachen angepasst ist der größte der figur hat jetzt ein ganz besonders großes gesicht gehabt ein großes besonders großes lachen so dann sollte man vielleicht links die falle da deaktivieren erst speichern ja natürlich und dann machen wir schon ja vorerst haben wir noch ein was sie da gelassen haben mal sehen ob wir den trollhunden das fell abziehen können man kann viel hat es hier nicht aber aber ein bisschen ist es auch gut gut okay bis dann tschüss bis dann tschüss Musik